Ja, ich esse gerne ein Stück Käse oder ein Stück Wurst und so, das ist schön weiter für mich. Ganz wenig, also es ist in fünf Minuten vorbei. Wenn ich Urlaub habe, gehe ich gerne Kollegen besuchen und wieder essen. Zum Beispiel einen Artischocken-Espuma mit einer gebratenen Entenleber und einer Trüffel-Schümmen. Das ist eigentlich ganz einfach zu machen und schmeckt sehr, sehr gut. Was gut ist, ich habe gerne einen Basilikum. Das ist eigentlich meine Lieblingskräuter, wo ich sehr, sehr viel mache. Benedikt, aber er ist schon so alt. Das wird schwierig werden. Aber sonst habe ich Glück gehabt, mit sehr vielen berühmten Menschen gekocht zu haben. Das wäre mein Traum, aber ich glaube, es wird schwierig werden. Wenn ich Feierabend habe, gehe ich gerne mal nach Hause und trinke gerne mal ein Glas Wein vor dem Fernseher. Ja. Yes. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.